Hey, das Mädchen hat mir einfach einen Korb gegeben, ja, ich verstehe das nicht. Junge, du bist auch ein Lutscher, du hast keine Ahnung, wie man mit Frauen umgeht, wie man die klärt, ihr habt alle keine Ahnung, Habibi, frag mich doch. Also, du kannst am besten Frauen klären, sagst du? Ihr wisst gar nicht, wie ich mit Frauen umgehe, oder mit dem kleinsten Finger kriege ich dir um die Finger gewickelt, verstehst du, was ich meine? Ihr habt ja keine Ahnung. Ja, dann zeig uns das doch mal, und wie machst du das? Oder irgendwann, wenn wir eine Frau sehen, ich zeig dir das, entspann dich mal. Wie? Ja, guck mal, da ist doch eine, dann zeig mal, wie du klärst. Ha? Ha? Auf jeden Fall, Jungs, was machen wir jetzt gleich? Wir müssen los, komm, komm, wir müssen los, ja? Was ist denn los? Bleib mal hier, Mann, geh mal dahin und zeig mal, wie du Frauen klärst. Bruder, ich würde dahin gehen, ich würde dir sofort für dich klären, damit du siehst, aber guck mal hier, Bruder, mein Oberteil hat einen Fleck, weißt du? Guck mal hier, ich kann doch nicht mit einem Fleck dahin, Bruder, chill mal. Junge, willst du mich verarschen? Den Fleck sieht man doch gar nicht. Stell dich mal in die Ohren, gehen wir jetzt dahin, Mann. Händ dich mal mein Balenciaga-Oberteil an, Bruder, ich würde euch zeigen, wie man Frauen klärt, auf ganz easy. Meinst du diesen Oberteil? Ja, wo hast du den her? Ja, genau den. Jetzt hast du ein Obertalent, komm, jetzt geh mal ein und zeig mal jetzt, ha? Okay, okay, ich zeig euch mal, ich zeig mal, pass mal. Aber warte, Bruder, guck mal, Alter, ich siehst, ich habe doch keine Creme auf meinem Gesicht, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe meine Creme nicht dabei, hätte ich die drauf, Bruder, ich würde sofort klären, ganz schnell. Meinst du diese Creme hier? Ha? Ach so, nee, fast, Bruder, nicht die benutze ich, ich benutze die mit Kokos-Lotus-Blüte, die ist wichtig für Frauen, weißt du? Ah, meinst du die hier? Hä? Ja, 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 genau, genau, die, die, wo hast du die her, Bruder? Ja, ja. Aber jetzt müsste das funktionieren, ne? Ja, normal, ja, jetzt funktioniert, ich zeig euch jetzt, wie man Frauen klärt, achtet mal jetzt, achte. Ah, Jungs, wartet mal, ja, ich kann das doch nicht machen, so ohne Sportwagen. Weißt du, Frauen, Bruder, ohne meinen Sportwagen kann ich doch keine Frau klären. Hätte ich eine Sportwagen, würde ich euch sofort zeigen, wie man die klärt, Bruder, sofort mit kleinen Fingern, Bruder. Ah, Bruder, aber hier steht doch eine Sportwagen, nimm den. Ja, nimm, zeig uns. Ja, äh, okay, okay, ich zeig, ich zeig dir, ich zeig euch, Bruder, ich zeig euch, ich zeig euch. Fick pom Muss Ehm. 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 Cofir zu die Meischeildualität? Ehm. Ehm... Ehm. 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 Wei, wei... Ähm, kann ich dir weiterhelfen? Hä? Boah, hammerhart, Alter. Was hast du da gemacht, Mann? Was denn? Was ist los? Ist das dein Ernst? Hast du da gerade eine Frau geschlagen oder was? Ja Bruder, ich gehe da hin, die sagt, wir können ausgehen, kennenlernen und so. Die sagt, ich will dich direkt heiraten, sagt die einfach so, weißt du. Ach so und deswegen schlägst du die, weil die dich heiraten will? Ja normal, so macht man das doch, oder nicht? Kann man das mal geben, Jungs, ja? Ich weiß, Bruder, ich weiß. Ich hab dir das gesagt, weißt du, ich meine? Was soll ich dir dazu... Ja, Bruder, keine Ahnung, was der will, ja? Ja, deswegen hier, weißt du, ich meine. Ah, ich weiß nicht. Ey, warte mal, gib mir auch mal ein Kaugummi. Wie, du willst ein Kaugummi? Gib doch mal her. Ja, hier. Hier. Ja, Bruder, das eine machen wir dann einfach später. Kann man auch morgen machen oder so. Ach, Junis, Bruder, ich muss weiter. Ich danke dir noch mal, wir sehen uns morgen. Ah, Junis. Oh, Onkel Olaf, alles gut? Ja, ja, alles gut. Hast du den Jordan gesehen? Jordan, ja, der war gerade eben hier. Der ist gerade da lang gelaufen. Ah, okay, okay. Gib mal ein Kaugummi. Ha, Kaugummi? Warum soll ich denn Kaugummi geben? Gib doch mal ein Kaugummi, sei doch mal kein Geier. Na, alles gut, alles gut, Onkel, alles gut. Hier, hier, nimm, nimm, nimm. Geht doch. Ich bin doch mal weg, ne? Ja, ja. Hau rein. Ciao, ciao. Mach mal hart, Alter. Ich hab nur noch vier Stück. Hey, Junis. Laura, was machst du denn hier? Ach nichts, ich war hier zufälligerweise in der Gegend. Zufälligerweise in meiner Gegend? Ich hab dich seit zwei Jahren nicht gesehen, seitdem wir Schluss hatten. Ich weiß, es ist echt ein krasser Zufall, ne? Und sonst ist alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut und... Gib mal bitte ein Kaugummi. Bei dir... Ja, ja, es ist okay. Nach zwei Jahren kommst du an und willst ein Kaugummi. Ey, gib doch mal ein Kaugummi. Stell dich mal nicht so an. Ja, hier, nimm. Danke. Ja, und sonst, wie geht's dir? Wir haben uns echt lange... Danke, ne? Ich muss los. Ey, ey, hast du die Bullen gesehen? Nein, nein, hab ich nicht, hab ich nicht. Okay, okay, gib mir ein Kaugummi, schnell. Wie ein Kaugummi? Nein, nein, hab ich nicht. Ey, gib mir einen verdammten Kaugummi an. Ey, warte, warte, okay, okay, chill, 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 chill. Hier, hier, nimm, nimm, nimm. Nimm. Hey, junger Mann. Haben Sie einen Dieb gesehen, einen maskierten? Ja, 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 der ist hier lang gelaufen, gerannt. Hier lang gelaufen, ja. Okay, okay, geben Sie mir ein Kaugummi an. Was? Nein, geb ich nicht. Alles klar, dann her mit dem Ausweis. Ich krieg sie wegen Beihilfe zur Flucht. Ey, nein, nein, ich hab mit dir nichts zu tun. Warte mal, hier, hier. Ich geb ihm ein Kaugummi. Hier, hier, nimm sie. Ja, geht doch. Rett zur Seite. Die wollen mich doch alle verarschen. Mein Kaugummi ist fast fertig, Alter. Was ist los hier, ey? Hallo. Ja, bitte? Gib mir einen Kaugummi. Nein, was für Kaugummi. Ich hab keine mehr. Ich geb dir keinen Kaugummi. Sehr damit. Ja, ja, ist okay, ist okay, Oma. Entspann, entspann dich mal. Hier, nimm, bitteschön. Geh doch. Ja. Brr. Ich hab nicht krass viel Spiel. Ich hab nicht gespielt. Oder wir haben nur 2-1. Oh, guck mal, wer da kommt. Oh, der Yunis. Was geht ab, Jungs? Was geht? Oh, was geht, Brudy? Oh, was geht ab, Bruder? Was geht? Was geht? Was geht? Alles gut, Mann? Boah, geile Schuhe, ja? Boah, krass. Hast du schon wieder neue Schuhe, Alter? Ja, Mann, die sind gut, ne? Ich weiß, hab ich noch gesagt, Bruder. Aber das wird gut. Hey, schieß mal bitte zurück. Danke. Kein Problem. Voll süß, der Kleine, ja? Und, Jungs, was machen wir jetzt? Brr. Ich weiß, Digga, ich weiß. Ja, Mann, lass mal jetzt los, André. Nein! 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 Ha, 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 ha. Bis zum nächsten Mal.